Das kann nicht sein! So berechenbar! Das sieht doch schon mal schöner aus. Naja, ich beginne mal meinen Zug eher schwach und spiele Prisma. Ach stimmt, ich habe ja einen Effekt, den ich auswählen kann. Wen nehme ich denn da? Ach, nehmen wir doch mal den hier. Dann wärme ich meinen Zug mit einer verdammten Karte. Ja, ist da das gleiche Deckel. Was für ein Deck deines Spiels ist sicher besprochen worden, okay. Hexendoktor. Er kommt doch von einer tollen Stadt und daher kann man den ruhig mit reinnehmen. Das wäre fies. Aber egal. Man muss manchmal fies sein. So, Activate. Wen könnte ich jetzt noch nehmen? Wen könnte ich mal gebrauchen? Ich nehme mal Sparky. So, dann benutze ich meinen eiligen Notruf. Auf wen würde sich denn anbieten? Ich könnte mir den holen. Damit könnte ich mir noch einen weiteren holen. Ich könnte mir... ich könnte mir... Gold... Captain Gold holen und mir Wolkenkratzer zu holen. Aber da ich momentan eh übermächtig bin, hole ich mir doch einfach mal diesen schwachen Elemental-Tirob geredet. Oh, ich habe hier eine Karte im Friedhof, dass ich den direkt spüren kann. Vor allem, das ist jetzt aber auch wieder nicht richtig gelaufen. Normalerweise fragt er mich, möchte ich ihn normal beschwören oder als Spezialbeschwörung? Mhm. Und dann hätte ich dann aussehen müssen, Spezialbeschwörungen wegen dem Effekt von Negroshade. Dadurch... jetzt ist das als Normalbeschwörung durchgegangen und deswegen kann ich gerade kein anderes Monster beschwören. Sonst hätte ich dir jetzt gleich 6000 Schaden machen können. Das steht auch bei Dings auch drin. Du darfst eine Hörerkarte normal beschwören. Wo steht das drin? Bei Negroshade. Ja, ja, durch Negroshades-Effekt kann ich ja jetzt Dings spielen. Ein Monster normal beschwören, ja. Höre als Stufe 5. Ohne Tribut. Darfst du normal beschwören. Achso, das ist das nicht speziell. Okay, aber in dem Fenster, was ich sonst mal auswählen konnte, ob ich das Spiel Fusion normal beschwören möchte oder spezial durch Negroshades-Effekt, also sprach er mich ja immer. Also geht es ja theoretisch. Los jetzt schnell, bevor mein Zug springt ist. Hast mich ja gekonnt, abgelenkt, äh... Habe ich da jetzt noch mal stehen können? Was weiß ich? Oh, das ist schlecht. Oh, da gibt es wohl doch noch ein Entscheidungs-Match. Scheinbar. Du weißt, dass Negroshade auch deinen Verteidigungs-Differenzen-Schaden zufügt. Deinen Verteidigungs-Differenzen? Was meinst du damit? Ich zeige es dir, um es dir besser zu erläutern. Oh Gott. Tja, das war's dann, glaube ich. Das glaube ich auch, ja. Slats. Buah, haha.